hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal heute geht es weiter mit kariris dem nachtgeborenen jäger hier in world of warcraft so wir sind jetzt hier und schauen mal was sie zu sagen hat zum könig mein könig die horte ist nur hier unsere flotte für ihren und totenkriegsvolk klingen zu stehlen hat der macht von sturmwind getroffen um zu und mich zu retten dafür hat eine audienz die stärke unserer flotte gegen die allianz aber meine tochter hat auch recht ihre rettung hat echt mut erfordert sowas bewunderlich talanji fürchtet ich sehe nicht wer wirklich unser fein ist aber ich bin nicht so blind wie sie denkt lasst uns sehen ob die horde sich bewährt bringt sie im großen siegel unter sie sind meine gäste vorlasten nur sandalari dürfen diese heiligen allen betreten das gesetz ist ein so lange ich hier könig bin sag ich was gesetz ist das ganze königreich schaut auf euch mit dem heutigen tag ernehm ich euch zur stimme der horde so wir sind die stimme der horde so dann wir gründen unsere botschaft ich höre ich höre mein leben für den thron grüße sandalari für immer mögen die loa mit euch sein ich hoffe so sehr aufmerksam schnell hin dr so Vielen Dank. So, sehr schön. Hätten wir das auch. Gut. Dann rein. Ich bin eine Spinne. Oh, schönes Kostüm, ne? Ja, sehr gerne. Oh, hallo. Okula, seht euch das bitte näher an. Wir werden Nachschublinien zu den Hauptstädten der Horde brauchen. Champion, ihr genießt offenbar immer mehr Vertrauen bei den Sandaladen. Ich muss mich nur anderen Pflichten widmen. Viel Glück. So, dann gehen wir das mal ab. B. So, wo fangen wir an? Ich kann nur hier anfangen zu da sagen. Okay. Ich hätte gerne den Voldun angefangen. Gut, dann ist das so. Ich kämpfe für die, die sich nicht selbst schützen können. Seid ihr ein Raubtier oder Beute? Das ist eure Schuld, der Krone. Also kümmert euch nun. So, dann schauen wir uns große Pasa. Aber ich habe vorher gesehen, dass Voldjamba nicht durch meine Hand stirbt. Dann nehmt unseren neuen Sprecher mit. Problem gelöst. Ah ja, hat sich als nützlich erwiesen. Machen wir erst mal den Hafen. So, fein, fein. Dann kannst du ja losgehen. So, dann fliegen wir zum Hafen und dann gucken wir es mal ins Daumen. Okay. Okay. So, dann. So, dann. Ich höre, mein Leben ist nicht rum. Ich habe kein Ziel. Ich benötige ein Ziel. Wie schön die auf mich warten, ja? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich benötige ein Ziel. Stufe 11, Rudel-Taktiken. Passiv. Hier hinten müssen wir einen anschätzen. Können wir noch ein paar Trolle wegmachen in der Zeit. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Man sagt, der König schenkt euch Gehör. Genau. Was sagt man? Hier unten hat jemand eine Quest. Ja. 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 Sprecht. Ach, ist das angenehm, mit dem Jäger zu kösten. Das macht auf jeden Fall mehr Laune, als mit der Prüste, oder? Ich habe kein Ziel. Ich benötige ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich habe kein Ziel. Gut, Tag. Ich bin es noch. Nur fein. So. Schon ein Riesbrunner. Soll mir recht sein. Hier wurde ein Akku gezogen. Ist die auch noch? So, Auftrag ausgeführt. Gut, meine Liebe. Wir brauchen eine Portrolle. Ja, können wir immer aufheben. Ich benötige ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich bin außer Reichweite. Ich benötige ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Gehen wir es mal ab. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Mögen die Loa mit euch sein. Der Pödel sollt er huldigen und nicht der Höher fordern. Ist das hier oben der eine? Ja, ne? Ich glaube auch. Was treibt ihr hier? Hallo? Der andere ist da unten. Unten, unten, unten. Boom. Gut. Das war nicht erst mal. Das war nicht erst mal. Hier ist die Lücke. Da ist er. Oh, den hab ich nicht gesehen. Das ist schon krass, als wir hier haben. Ach, Taschen. Ich muss hier unbedingt Taschen schicken. Die können wir dann in der nächsten Folge zusammen abholen. Aus dem Briefkasten. Ich kann das einen dabei haben. Ja, probieren wir mal was. Ah, ist ja nicht niedlich. So, da haben wir ein Tankpit. Das ist auch gut. Und unseren anderen haben wir auch. Die heißen eigentlich Katze. Ich mach's mal noch umbinden. Das ist Terrorklaue. Gut, coole Sache. Komm, die zählen. Aber wir nehmen dann doch lieber den anderen. Das ist Schaden. Das ist Schaden. So, da brauchen wir noch Sand wie der Köpfe. Danke. Hallo, hallo. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Und den seinen Kopf. Na klar. So, da brauchen wir noch ein paar Jahre. So, wieder was für dich. Ich bin der hohe Präsent von Schat. Ah, endlich. Endlich. So, 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 so. Genau. Grüße. Okay, dann immer so ist das. So, da haben wir schon mal einen Umhang. So, da haben wir tatsächlich schwätzen hier unten erstmal. Ja, gucken wir gleich mal, was das ist. Wir sind schon mehr Völkern in Tortolan, als die Geschichte von Nalobo, allen jungen Tortolaner, die die ganze Welt bereist hat. So, dann machen wir das. Das war nicht so schwer, oder? Nein. Nun, könnt ihr Nalobo zum Schatz führen und dann zum Ziel, ohne dass er seinen zurückgelegten Pfad kreuz? Souverän gemeistert. Gut gemacht. So, dann macht er noch ja. So, dann macht er noch ja. Das war's für heute. Ich habe kein Ziel. So, kommt er noch mal in mir. Jetzt brauchen wir erst mal Straßen, Sträucher. Vielleicht sind ja oben noch welche, wenn die da rumspringen. Kommt, auf geht's. Ja, Ressourcen sind immer gut. Ja, bestimmt noch brauchen. So. Da, da, da. Da, 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 da. So. Können wir gleich oben die Quests abgeben. Wer erlaubt euch, mich anzusprechen? Ich habe nicht gesagt, er kann gehen. Stehen oben irgendwo. Da, 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 da. Scheiße, hier geht's nirgendswo hoch. Ja, damit fliegen wir das jetzt einfach, ne? Na gut, da muss man doch hier hinten dran können. So, dann würde ich sagen. Begeben wir uns da in die Nähe. Und kommt dann langsam zu Ende in dieser Folge. Gut, genau, hier sieht's gut aus, hier locken wir uns aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hier machen wir nachher das nächste Mal weiter. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ein Abo da, Daumen hoch, wenn's euch gefallen hat. Und ich sage, ciao, ciao, bis bald.